Elektrotechnik ist eigentlich alles vom Strom, der aus der Steckdose kommt, über Elektromotoren, Akkus, Platinen bis hin zu Computern. Elektrotechnik ist nicht nur, dass Strom aus der Steckdose kommt, sondern auch auf welchen verschiedenen Arten dieser erzeugt wird. Genau das ist Teil des Studiums. Also für Elektrotechnik habe ich mich entschieden, weil es einfach wirklich ein zukunftsträchtiges Feld ist. Es ist sehr vielseitig, man hat super viele Möglichkeiten und am Ende kann ich für mich entscheiden, was ich damit anstellen möchte. Die Perspektiven sind nach dem Studium momentan sehr gut mit einem Elektrotechnikstudium. Es gibt viel mehr Berufsangebote als es Absolventen gibt. Ich habe mich für das Studium an der DABW Stuttgart entschieden, da es perfekt auf meine Berufsausbildung und auf meine Tätigkeit im Kraftwerk aufbaut. Mein Highlight im Studium sind die Praxisphasen, in denen man eigene Projekte angeht, die aber tatsächlich auch Anwendungen in der Praxis finden. Das heißt, man fühlt sich dann gar nicht wie ein Student, sondern mehr wie ein richtiger Mitarbeiter. Mein bisheriges Highlight war unsere Exkursion nach Hamburg. Wir haben dort eine coole Zeit verbracht und sind dort auch zu mehr als so Kommilitonen geworden, nämlich zu Freunden. Es ist möglich, ein Auslandssemester zu machen, sowohl im Theoriesemester als auch im Praxissemester. In meinem Fall werde ich jetzt zweieinhalb Monate nach Österreich gehen und dort meine Praxisarbeit schreiben. Ein Projekt, das ich an der Uni hatte, war unter anderem eine Studienarbeit über das Thema, welches Elektroauto zu mir passen würde. Dabei habe ich für unterschiedliche Bewertungskriterien für meinen Fall herausgestellt, welches Elektroauto am besten zu mir passt. Mein Tipp ist, dass wenn ihr euch für ein duales Studium entscheidet, dass ihr auch wirklich sicher seid, dass ihr den Aufwand, den so ein praxisintegriertes Studium mit sich bringt, stemmen wollt. Das ist nichts Negatives, es macht auch mega Spaß, aber es ist einfach sehr zeitintensiv und das muss man wollen. Ich kann das Studium auf jeden Fall empfehlen, weil man ganz, ganz viele verschiedene Themen hat, in die man mal reinschauen kann. Ich habe mir in jedem Praxissemester was ganz anderes rausgesucht. Ich habe einmal reine Software gemacht, einmal ganz viel Hardware. Es ist wirklich für jeden was dabei und für mich persönlich war es auf Gnade aufsichtigen. Bis zum nächsten Mal.